Valencia ist eine Großstadt im östlichen Teil Spaniens und die Hauptstadt der autonomen Region Valencia. Sie liegt rund 320 Kilometer südöstlich der Landeshauptstadt Madrid an der Mündung des Turia zum Mittelmeer und ist mit knapp unter einer Million Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes und sicher eine der belebtesten. Ein guter Grund hierher zu kommen ist, dass Valencia über hervorragende Badestrände verfügt, die hier sogar bis ins Herzen der Stadt reichen. Wer seine Ferien am Meer verbringen will, findet ein großartiges Angebot für Sport und gleichzeitig ein brodeln, typisch spanisches Nachtleben mit Open End. Valencia zeigt sich heute als bedeutendes Wirtschafts- und Messezentrum Spaniens in einem Umfeld der Künste und Wissenschaften, der hervorragenden Küche und der gelebten Volksbräuche und Festlichkeiten in einer Region alter Tradition. Auf den ersten Blick faszinierend ist die Mischung aus historischer und gegenwärtiger Architektur. Das Stadtbild ist international unverwechselbar und präsentiert sich wie eine unerschöpfliche Ansammlung wunderbarer Fotomotive. Die meisten der Monumente stammen aus der Zeit nach der Rückeroberung der Stadt von den Mauern um 1238, einer blühten Epoche in der Geschichte Valencias. Die Kathedrale ist hauptsächlich in frühkotischem Stil, einige Teile wurden jedoch in späteren Epochen hinzugefügt. Der achteckige Glockenturm Icalet ist das Wahrzeichen der Stadt. Von ihm aus hat man einen einzigartigen Überblick über Valencia, der Dichter Victor Hugo hat von hier aus 300 weitere Glockentürme, die über die ganze Stadt verteilt sind, gezählt. Valencia ist das Land der Blumen, heißt es in einem bekannten Volkslied und die Gärten und Parks der Stadt führen uns das vor Augen. Die meisten stammen aus dem 18. Jahrhundert. Das Klima in Valencia ist geprägt durch die Lage an der Mittelmeerküste. Die Winter sind mild und die Sommer sind heiß. Im Winter sind die Temperaturen meist nicht unter 4 Grad. Im Sommer können bis zu 40 Grad Celsius erreicht werden. Die beste Reisezeit bieten die niederschlagsfreien Monate von Juni bis August. Für etwas mildere, nicht ganz so heiße Temperaturen empfiehlt sich die Reisezeit von Mai bis Juni. Valencia. Es wird Ihnen vor lauter Fotomotiven schwerfallen, die Kamera vom Auge zu nehmen. Riskieren Sie dennoch einen Blick mit freiem Auge.